Eine höhere Rente für einen versicherungsfrei beschäftigten Rentner. Eine Rentenerhöhung für diesen Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Meine Damen und Herren, das Landessozialgericht Hessen, das hessische Landessozialgericht hat am 14.05.2024 ein Urteil gefällt in einem Berufungsverfahren. Ein Rentenversicherungsfreier Rentner erhält keine höhere Rente, wenn er in Teilzeit nach der Regelaltersgrenze, also nachdem er dieses Lebensalter vollendet hat, weiterarbeitet und nicht gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit in der Rente verzichtet hat. Sie können das nachlesen im Internet. Sie geben bitte ein im Google hessisches Landessozialgericht Darmstadt Urteil vom 14.05.2024 Aktenzeichen Groß L2 Groß R 36 Schrägstrich 23. Ein interessantes Urteil, aber ich sage mal so, für die Praxis weniger relevant, weil die Dinge in dem Urteil, die dort als Gründe besprochen worden sind, aus meiner Sicht relativ klar sind. Also das ist auch kein, sagen wir mal, es ist auch kein Urteil, wo man jetzt sagen müsste, oh, das ist jetzt der Brüller des Jahrtausends oder das ist eine fulminante Rechtsprechungsänderung. Nein, sondern es ist ein Klassiker, es ist letzten Endes ein interessantes Urteil und deswegen möchte ich Ihnen kurz darstellen, um was es da ging. Also, der Rentner hat, der Rentner 1949 geboren, der bezog oder bezieht eine Altersrente und während dieser Altersrente ging er in Teilzeitarbeiten. Sein Arbeitgeber zahlte Rentenversicherungsbeiträge ein. Die beklagte Rentenversicherung hier berücksichtigte diese Beitragsleistung bei der Berechnung der Rentenhöhe zugunsten des Klägers aber nicht. Das heißt also, der Rentner wollte, dass die Arbeitgeberbeiträge dazu führen, dass er eine höhere Rente bekommt. Der Kläger ist der Meinung, dass diese Vorgehensweise der beklagten Rentenversicherung, ihm die Rente nicht neu zu berechnen und zu erhöhen, seine Grundrechte verletze. Ja, meine Damen und Herren, das ist so der Hintergrund der Klage. Vielleicht noch was dazu zu sagen. Der Rentner geht arbeiten und zwar nach Erreichen der Regel Altersgrenze und er bezieht eine Vollrente wegen Alters. So, ja, und da ist genau, da ist der Hase im Pfeffer begraben. Denn das Landessozialgericht Darmstadt, ich hätte es wahrscheinlich in diesem Fall auch nicht anders geurteilt, teilte die Berufungsgründe am 14.05. mal in der Pressemitteilung auf der Internetseite des Landessozialgerichtes Hessen mit. Der Kläger hätte gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich einen Verzicht auf seine Versicherungsfreiheit erklären müssen. Warum? Ganz einfach. Wenn Sie Ihr Lebensalter, Regel Altersgrenze erreichen, das ist immer ein individueller Zeitpunkt, dann, und Sie gehen weiter als Rentner arbeiten und Sie haben eine Altersvollrente, keine Altersteilrente, eine Altersvollrente, dann tritt automatisch nach § 5 Absatz 4 Sozialgesetzbuch Nr. 6 die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rente ein. Das bedeutet, dass Sie nach Ablauf des Monats, in dem Sie die Regel Altersgrenze erreicht haben, versicherungsfrei werden. Das heißt, wenn Sie dann weiterarbeiten, werden Ihnen von Ihrem Bruttoeinkommen Ihre Arbeitnehmerbeiträge für die Rente nicht mehr abgezogen. Das heißt, Sie haben dann ein höheres Netto. Logisch. Aber der Arbeitgeber muss in den sauren Apfel beißen, der muss Beiträge abführen. Aber diese Beiträge des Arbeitgebers führen eben nicht zu einer Rentenerhöhung, weil der Rentner oder sie versicherungsfrei sind. Das ist halt das Mantra dieser gesetzlichen Regelung. Das heißt also, im Grunde genommen werden diese Beiträge auch nicht dem Versicherungskonto des Klägers oder Ihrem Versicherungskonto gutgeschrieben, sondern die gehen sozusagen in die allgemeine Beitragseinzugsmasse der deutschen Rentenversicherung ein. Damit finanziert sich die deutsche Rentenversicherung einfach weiter. Was hätte der Kläger machen müssen? Der Kläger hätte im Grunde genommen entweder schriftlich gegenüber seinem Arbeitgeber den Verzicht erklären müssen, dann wäre es ganz normal weitergelaufen, so wie bisher. Das heißt also, von seinem Arbeitsentgelt wären dann seine Arbeitnehmerbeiträge für die Rente eingezahlt worden. Und er hätte dann zu jedem 1.7. des Folgejahres immer eine Rentenerhöhung bekommen und sogar noch einen entsprechenden Zuschlag on top obendrauf. Aber immer nur bezogen auf die erdienten Entgelte für ein Jahr. Naja, meine Damen und Herren, und als zweites hätte er vielleicht mal sich beraten lassen müssen. Er kann es auch heute noch tun, wenn er noch arbeiten gehen sollte. Er könnte schlicht und ergreifend aus seiner Vollrente eine 99,99% Teilrente machen. So einfach ist das. Meine Damen und Herren, das Gericht hat aus meiner Sicht korrekt gehandelt. Und zwar hat es die Berufung des Klägers abgewiesen. Unter den von mir genannten Voraussetzungen wäre dann seine Rente tatsächlich erhöht worden. Aber der Kläger hat ja leider dummerweise den Verzicht nicht erklärt. Und deshalb zahlt nur der Arbeitgeber seinen Beitrag. Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung erreichen, dass Arbeitgebern der Anreiz genommen wird, Altersrentner nur deswegen zu beschäftigen, weil diese versicherungsfrei oder beitragsfrei werden. Sie werden ja dann gegenüber versicherungspflichtigen Beschäftigten deutlich billiger. Damit soll eine Blockade von freien Arbeitsplätzen durch versicherungsfreie Altersrentner vermieden werden. Also meine Damen und Herren, ein bisschen komische Erklärung in Zeiten des massiven Arbeitskräftemangels kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Blockade gibt. Ich habe erst vor kurzem, also Anfang Mai 2024, eine sehr gute Sendung gesehen im Fernsehen. Dort wurden also Menschen interviewt, die die Regelartesgrenze erreicht oder deutlich überschritten haben und weiter arbeiten gehen und die mit großer Freude weiter arbeiten gehen. Und die einfach sagen, okay, mir ist das völlig wurscht, ich verdiene mir neben der Rente noch ein bisschen Geld dazu. Die werden sich sicherlich auch darüber Gedanken gemacht haben und geprüft haben, ob sie jetzt nun versicherungsfrei oder versicherungspflichtig werden wollen oder wie auch immer. Es ist immer eine Rechenfrage, es ist immer eine Frage, ob sich das tatsächlich für sie lohnt. Das müssen sie sich genau durchrechnen. Lohnt es sich wirklich, auf die Versicherungsfreiheit zu verzichten und dafür ein geringeres Netto zu haben? Oder wollen sie wirklich noch Entgeltpunkte für eine spätere Rentenerhöhung ansparen? Das muss man auch immer unter dem Gesichtspunkt der eigenen Lebenserwartung und der eigenen familiären Situation betrachten. Wenn sie verheiratet sind, könnten sie natürlich mit einer höheren Rente auch noch bei ihrem Ableben dann für eine höhere hinterbliebenen Rente sorgen. Aber das sind alles individuelle Dinge, die man dabei betrachten müsste. Dieses Urteil ist insoweit interessant, als es nochmal klarstellt, sagt, Leute, wenn ihr eine Altersvollrente bezieht und ihr Lebensalter für die Regelartesgrenze erreicht habt, dann seid ihr versicherungsfrei in der Rente, dann wird kein Arbeitnehmerbeitrag mehr vom Brutto abgezogen, aber nur bei einer Altersvollrente. Das Hessische Landessozialgericht hat hier einen Schlussstrich gezogen und hat die Revision zum Bundessozialgericht nicht zugelassen. Ob der Kläger hier mit einer Nichtzulassungsbeschwerde in die nächste Runde beim BSG geht und dort versuchen wird, eine Revision zu erzwingen, kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht, aber wenn es so sein sollte, werden wir das irgendwann mal, wenn die Nichtzulassungsbeschwerde zugelassen werden sollte, dann in den Verhandlungsterminen des BSG irgendwann mal sehen. Also das soll es gewesen sein zu diesem Urteil. Ich wünsche Ihnen wie immer eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich habe noch was vergessen, ich habe dieses Urteil als Textbeitrag auf rentenbescheid24.de veröffentlicht und werde das natürlich in diesem Video auch noch verlinken. Ciao!